Geil. Cheater. Pre-Game Lobby, hallo. Alles daneben geschossen auch. Cheater. Cheater. Kann das jemand klippen? X30 Red, danke für den Prime 25. Kurz, danke. Das ist einfach nur Sex für die, die damit umgehen können. Ja? Aber ist auch geil, du musstest halt dann einfach auch ein bisschen was dafür können. Und dann hat es sich auch viel besser angefühlt, wenn du damit gut umgehen konntest. Die Waffe hört sich an wie ein Tacker. Immer noch kein Moda von dem Mod. Doch haben wir aber halt ein Beta-Twinch-Stiv-Ding. Aber ja, ich müsste einen Subway-Mod eigentlich Moda von machen. Ich weiß aber nicht, ob das am Ende, werde ich noch angeklagt dafür, dass ich Moda von dem Mods verkaufe. Bad and Girl, das ist Pingplotter. P-I-N-G-P-L-O-T-T-E-R. Und da kannst du eine Webseite anpingen mit. Und das überprüft quasi dann immer die Latenz. Oi, oi, oi. Packe ich für das 10%. Oi. Und weg. Vargo auch geil, ja. Habe ich aber auch letztens schon viel gespielt. Du weißt doch noch nichts davon, aber wir werden neue beste Freunde wie beide. Ich habe meinen Freund über den Haufen geschossen. Feindlicher Soldat in der Nähe. Du bist mein neuer bester Freund. Oh nein. Leck. Mein neuer bester Freund. Und... La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Sorry. Aber wir teamen natürlich nicht. Süß. Auch dass er quasi Süßheiten sich bei mir dann nicht tötet. Aber ich möchte nicht teamen. Das wäre ja natürlich quatschig. Dat machen wir natürlich nischt. Ne? Ach, der Buddy steht einfach wieder her. Danke King. Bester Mann. Danke für den Clip. Merkt ihr das richtig? Also... Das hat so meine Laune gehoben gerade. Dieses Endgame und der Win. Den Typen mit dem Schild geholt. Auch mit dem Choffi quasi auf Play. Beziehungsweise seine Spielweise halt einfach damit kaputt gemacht. Oh, nicht mehr als ein Save dabei haben. Super. Auch geil. Es hat so meine Laune... Verbessert. Ah! Hilfe! Baba. Gurenko war der Hammer. Boah, Gurenko so bodenlos. Auch so geile Schotze mitgehebtet. Oh, Alter. Diese Wunder von Wechsel. Richtig krass Paketfluss die ganze Zeit. Aber ich muss auch sagen... Change my mind. In Warzone 2 liegen die Waffen ja realistisch auf dem Boden. Dieses in der Luft schweben, größer als realistisch auf dem Boden liegen. Einfach cooler. Übersichtlicher. Für mich ist Warzone kein Hardcore Battle Royale, wo alles realistisch sein muss und sowas. Einfach, okay, die in die Waffe ist das. Perfekt. Zack. Und weiter. Und nicht... Äh... Was liegt da? Was liegt hier? Was liegt hier im Regal und sowas? Mh... 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 Also klar ist halt... Das ist wieder Personal Preference so. Aber hätten sie es nicht unbedingt ändern müssen. Aber muss man auch dazu sagen, ging glaube ich gar nicht anders wegen DMZ. Ich glaube, weil also in DMZ wird es ja gar keinen Sinn ergeben. DMZ muss ja so realistisch sein, damit das funktioniert. Und deshalb ist DMZ auch mit einer der größten Gründe dafür, dass Warzone 2 so scheiße ist. Weil, also bei DMZ kann ich es verstehen, dass da dieser Realismusaspekt halt viel wichtiger ist. Und die können ja nicht, also sie hätten sie machen können, aber sie haben es halt nicht gemacht, Warzone und DMZ komplett unterschiedlich entwickeln so. Die haben sich dann gedacht, okay, wir machen halt alles, wie es in DMZ sein muss. Und dann versuchen wir daraus noch ein Material zu machen. Und das ist halt, das ist ohne Scheiß, Low-Key, das ist das, was glaube ich die wenigsten so auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist die größte Fehlentscheidung von Infinity Ward gewesen. Dass die DMZ an die MW2-Engine sowas gekoppelt haben und daraus dann auch Warzone 2 gemacht haben. Weil du merkst halt einfach, alles war so geplant, dass es für DMZ passt. Aber es passt halt überhaupt nicht für Warzone. Das war keine gute Schatz, mein Freund. Das passt halt überhaupt nicht für Warzone. Lobos, danke für sieben Monate auch schon. So ein schönes Spiel, ja, ne? Lochi, danke für 13 Monate T1. Glas Pullen Gyny. Danke für 13 Monate Prime. Back wie Rücken, Yibi. Yibi. Wann habe ich das das letzte Mal auch gesagt? In Mawson 2. Yibi. Gibt es nicht. Gibt es nicht diese Momente. Dem Setter uns gefickt, dem Setter uns wirklich gefickt. Moin Manu an der Stelle. Dem Setter uns wirklich gefickt. Was kau ich mir? Ich brauche gar nichts. Vielleicht 400... 400 Taler? Für... Für ein Dröhnchen. 400 Taler. Moinu. 800 Taler, genau. Hier einfach installieren. Oh, ich weiß ehrlich nicht, wie man das auf Basis hinterlädt. Bitte frag mich nicht, Chat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist kompliziert. Beziehungsweise für viele klappt es einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Auf Minimap gucken, mein Freund. Ey! Kurz Sicherheit. Boah, habe ich einen Scheiß-Ein mit der E-M2. Habe mir einfach nicht geglaubt, dass der Fokus auf dem Zeck liegt, nicht auf Warzone. Aber wieso? Also wieso hat man das nicht geglaubt? Das war ja... Also das hat mir ja in der ersten Sekunde, als ich oben auf dem Dach von Almazza gelandet bin in L.A., habe ich das gemerkt. Die Kiste aufgemacht und da kommt kein Loot rausgesprungen, sondern es ist ein Menü, wo du Gasmaske, Muni und Geld rausnehmen kannst mit Viereck. Und ich dachte mir, ach du heilige Scheiße. Mitte E-M2, sagt ihr. Holdi, eins gegen eins. Leider ist es halt, wie gesagt, ne, also das Caldera Solos, 52 Spieler, erste Zone, ne? Weißt du halt auch direkt wieder Bescheid. Aber das ist trotzdem eine schöne Abwechslung. Ich glaube, ich finde es aber ganz gut, dass in Roarzone 2 die Autos nicht unendlich tanken haben, dass man tanken muss, ohne gewinnt werden. Danke. Punkte auch auf dem Minimap, wenn du ohne Schalldämpfer schießt. Warum sollte das nicht so sein? Oh, ich wollte so ein Enkel brechen. Oh, er ist gut. Richtig, er geht TikTok, Danny Ushia. Er ist außen gelaufen. Ja, hat er gut gemacht. Wäre er nach innen gelaufen, wäre ich an ihm vorbeigekommen. Ciao, du. Backpack-Loot, größer Womit-Loot. Ne, da sind wir nicht der gleiche. Ich hasse dieses. Es muss einfach ein Unterschied sein zwischen Casual und Ding. Und das war einen Schritt zu viel. Unnötig, meiner Meinung nach. Dieses Rucksack-System und sowas. Ich weiß, du warst da ein großer Fan von. Aber ich hasse es. Das nimmt so Pace und sowas raus. Ich fand es in Warzone 1 einfach perfekt. Diesen Womit-Loot ist ja eigentlich... Das klingt Womit. Naja, aber Kotz-Loot, dass es alles so auf den Boden liegt. Ich finde das viel besser. Die haben es in Warzone 1 auch gut gelöst, weil der ja wirklich alles im Kreis dann spawnt. Oder fällt. Und das finde ich perfekt. Einfach kurz Boden. Okay, das, das, das brauche ich. Abfahrt. Rucksack-System. Ich hasse es. Man muss ein wenig kaufen, Battle Royale oder Plunder oder so zocken zu müssen. Battle Royale ist umsonst. Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie komisch, das zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie das... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. PlayStation. Jetzt ist alles auf einem Haufen. Das ist mein Problem. Ja, das ist halt wieder dumm. Das ist halt... Du hast ja hier... Das war am Anfang in Warzone 1 auch so. Wenn jemand stirbt, dann hattest du... Das war doch sogar immer... Die SMG-Money war doch immer in der Shotgun-Money, oder? War das nicht so am Anfang von Warzone 1? Wo du dann immer so... Oder Platten waren in der Shotgun-Money? Ja, da gab es noch einen Clip von King Phil. Bei Promenade. Wo er dann geschrieben hat, Geh mir die Platten jetzt! Oder irgendwie so. Und das haben sie irgendwann gefixt, indem alles, was halt der Gegner gejobbt hat, wirklich dann im Kreis quasi gespawnt ist. Oder im Kreis gejobbt ist. Was machen die Kollegen hier? Darf man sich hier einmischen? Darf man hier mitmachen? Kann ich auf dem Dach landen? Nee, 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 nee. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Egal, ich guck zu, die Runde. Ich guck zu, die Runde. War geil mit drei Waffen mitnehmen, ansonsten war es Müll mit dem Ursaal. Ich fand auch. Es hat einfach so unnötig Pace rausgenommen, finde ich. Unnötig Pace rausgenommen. So, was passiert hier jetzt? Hedgehog-Sensor. Muss ich sagen, bin ich froh, dass der in Warzone zwei kacke ist. Grau und MP5 MW. Aber ich habe Grau schon erste Runde gespielt und sowas. Grau und MP5 habe ich jetzt schon echt, also immer wieder, wenn ich zu Caldera zurückgekommen bin, schon oft gespielt. Das werde ich jetzt nicht direkt wieder spielen. Die PPC-Variante, ja, die war cool, stimmt, ja. Die war ganz cool. Vor allem mit dem Lauf, der so nice aussah. So, ich glaube, er sollte wissen, dass er oben ist, ne? Ja, okay. I see den Move, aber das bringt jetzt halt gar nichts. Du brauchst gar nicht hochzugehen. Du bist tot. Nee, du bist nicht tot. M4 Uzi. Freiwillig kein Damage machen und gegen jeden Gunfight zu verlieren. M4 Uzi. Was war der da? Ich weiß nicht genau, was der Plan ist. Oh, als würde die EMP den jetzt irgendwie beim Spiel gestört. Oh mein Gott. Oh, bitte, bitte, bitte. Geh weg, geh weg, geh weg. Bitte geh weg. Alter. Oh mein Gott. Ich habe Blackout ganz wenig gespielt, weil das war so meine Multiplayer-Sniping-Zeit. Und deshalb habe ich Blackout nicht viel gespielt. Ich glaube, wenn ich das viel gespielt hätte, hätte ich auch Spaß dran gehabt. Aber auch da hat mich sowas wie das Rucksack-System gestört. Dass du jeden Gegner looten musst, dich auf den Boden legen musst und, ja, seinen Rucksack quasi aufmachen musst und da dann alles rausholen musst. Auch das mit dem Aufsätze zusammenbauen, fand ich alles nicht geil. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein riesengroßer Fan davon, von Skillgap, natürlich, absolut. Aber nicht von, alles muss irgendwie kompliziert sein oder lange dauern und so. Und auch wenn Rucksack-System, wenn du krass wurdest, dann hast du den Rucksack richtig schnell gelootet, aber ich fand es trotzdem nicht geil. Ich finde, das ist ja auch einfach aus der Content-Sicht so ein bisschen so, ich finde es immer geiler, wenn es einfach eine Skillgap... Wenn es eine Skillgap gibt, aber es trotzdem einfach, das Grund-Gameplay flüssig und einfach ist. Das finde ich am besten so. Und so war es in Warzone 1 meiner Meinung nach perfekt. Oder nahezu perfekt. In Blackout gab es ja auch keinen Shop. In Blackout gab es keinen Gulag. In Blackout... Mann! In Blackout konntest du keine Teammates zurückkaufen und sowas, meine ich. Vielleicht kam es irgendwann, keine Ahnung. Also es war schon overall nicht so gut wie Warzone. Das ist meine persönliche Meinung. Viele, ich weiß, Kayser beispielsweise, finde ich ja Blackout richtig geil, aber ich finde das, wie sie es mit Warzone gemacht haben, war schon ein unfassbar geiles Battle-Royal-System. Sie haben es so gut hinbekommen, Call of Duty in ein Battle-Royal zu bringen und nicht umgekehrt. Sie haben nicht auf Teufel komm raus, wir müssen Battle-Royal machen und wir müssen Call of Duty daran anpassen, sondern sie haben Battle-Royal genommen und haben Call of Duty draus gemacht. Und das, finde ich, hat sehr gut funktioniert in Warzone 1. Geh da bitte raus, der macht mich Akku. Oh, ne, ich würde es gerne so hochladen. Also, ja, ist, denke ich, mal ein ganz cooler Upload, wenn wir hier noch ein bisschen quatschen und so. Und ich glaube, der wird eh die Runde nicht gewinnen. Ja, drei Killse. Einen hat er mich am Seilzug da abgeämmt. Seilzug Warzone 1 auch, also die Luftballons wichtig gewesen für Caldera, aber... ...dass sich einhaken und noch alles machen können, sich loslösen und sowas wieder oder auch mittig einhaken können im Warzone 2 System besser als Warzone 1. Safe. Wenn er noch 20 Mal auf den Herzig schaut, oder? War so ein 1 Lieblingsspiel. Ja. Und du bist tot, mein Freund. Eines dann. Oder schieß mal, schieß mal durch die Wand. Hallo? Crasher? Was ist dein, dein Plan? Oh, du bist so tot. Oh mein Gott, du bist so tot, Crasher. Du bist der Inbieter vom Tod. Ja, du bist so tot. Du kannst wirklich Testament schreiben, es ist over. Du kannst loslassen. Push doch hinterher, Gegner. Oh Mann. Warum pushst du denn nicht hinterher, Gegner? Du hast den Shield Break und du pushst nicht hinterher. Auch ein Missplay vom Gegner. Wäre interessant gewesen, wenn Warzone 2 während Corona rausgekommen wäre und Warzone 1 quasi der Nachfolger davon, wie Leute dann reagiert hätten. Also, es ist halt ein sehr unrealistisches Szenario, weil ja... Warzone 1 ja auch sehr unfertig rauskam. Also, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Wenn Warzone 1 in dem unfertigen Zustand, wie es damals rauskam, nach Warzone 2 rausgekommen wäre, wäre am Anfang auch erstmal so... Boah, da funktioniert auch vieles nicht. Wenn du knockst und finishst, bekommst du den Kill und sowas. Loslassen. By the way, Crasher, endlich. Endlich loslassen. Ey, der lebt immer noch. Das ist so geil. Warzone 2 kam noch unfertiger raus. Ja. Aber Warzone 2 wäre ja dann irgendwann nach drei Jahren oder sowas optimiert gewesen. Und wenn dann danach Warzone 1 in dem unfertigen Zustand rausgekommen wäre, wäre es ja auch Quatsch gewesen. Aber overall, glaube ich, ist das eher ein Upgrade. Also, Warzone 2 optimiert versus Warzone 1 optimiert. Warzone 1 größer, Warzone 2 auch einfach eher Upgrade. So, um dann... Oh ja. Ja, das ist ein Maß an, dann wären wir das ja. Das war gerne. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Kannst perfektes Game rausbringen. Trotzdem wäre kein Wärts zufrieden. Geht so. Also, es gibt halt keine perfekten Games. Und dieses, man ist nicht zufrieden, ist halt auch einfach so ein bisschen, wenn du ein Spiel halt sehr feierst, dann findest du auch was daran, was dich so ein bisschen stört. Einfach, weil du richtig tief drin bist. Und by the way, Crasher ist so Geistgang im Camp, das ist nicht mehr normal. Weil du so tief drin bist und du dann denkst, oh, es könnte halt noch geiler sein. Das ist ja kein... Man beschwert sich ja dann nicht einfach nur, weil man sich beschweren möchte, sondern ich beschwere mich, weil ich mir halt denke so, es könnte noch geiler sein. So, es könnte noch geiler sein. Das war in Warzone 1 auch so. War auch kein perfektes Spiel. Endlich Slutrock, by the way. Unfassbar schlechter Spieler. Crasher, no Front da an der Stelle, aber wirklich geisteskrank. Es ist ja dann, also, wenn ich mich über Warzone 2 beschwere, klar, weil ich einfach sauer bin, was ich verkackt habe, auch einfach, weil ich es mir wünsche, dass es halt einfach besser wäre, so, ne? Deshalb, ja, so ein 50-50-Ding. Aber natürlich, du wirst bei so einem komplexen Spiel vor allem, wird es immer Mechaniken geben, die du nicht feierst. Also, perfekt, perfekt gibt es nicht. Was für mich perfekt ist, ist für den anderen wieder nicht perfekt. Ferrari-Fans spottet. Was ist was, Sir? F1, was ist was, Sir? Ich kenne, also, ich bin 0 into Formel 1. Der nächste Herz, ich kann es alles voll. Und M13 auch noch. Aber der Slide kennt sich wenigstens. Und schießt auf ein Auto, was wirklich 7 Kilometer entfernt ist. Last of Us ist perfekt. Last of Us ist aber auch kein PvP-Spiel. In einem Player-versus-Player-Spiel wirst du es nie hinbekommen, alle zufrieden zu stellen. Also, es ist nicht möglich. Es ist schlichtweg unmöglich. Was, Sir, ist der Teamchef vom Ferrari vom 1-Team. Ah ja. Okay. Also, quasi wie bei der Nationalmannschaft, wenn du sagst, äh... Scheiße, wer ist der Bundestrainer aktuell? Bin ich blöd? Flick! Wenn du sagst, Flick out, dann ist das gleiche wie hier, äh, Wasser out, ne? Principle, okay. Principle. Flick. Glick, Glick auch gut. Glick auch gut, ja. Der Bundesjogi von Ferrari, ja. So, was macht der Mann hier eigentlich gerade? Ah, okay. Er guckt auch einfach in die falsche Richtung. Wenn da jemand im Raum gewesen wäre, wäre er sofort tot gewesen. Aber er kann zumindest, hat er die Spots so ein bisschen mit Fenster draußen rein. Das ist doch was, finde ich mega langweilig. Ich hab's tatsächlich... Das werden jetzt wieder sehr viele Leute sauer machen. Ich hab's auch nie gespielt. Äh, ich bin aber auch generell nicht so krass der Single-Trailer-Fan. Für mich ist halt Call of Duty einfach das Ding so, ne? Ich glaube, viele meiner Zuschauer, viele hier, die im Stream sowas am Start sind, für die ist so, Call of Duty eines der Spiele, die sie gerne spielen. Für viele ist es aber auch einfach das einzige Spiel, was sie spielen. Und für mich ist es halt Call of Duty auch einfach. Ich freue mich dann auch mal ab und zu was anderes zu spielen, aber auf langen Zeit gesehen müsste schon wirklich was sehr, sehr Wildes rauskommen, dass ich so einen kompletten Switch weg von Konflikt machen würde. Ja. Sauer. Sorry. Apex Legends, genau das gleiche. Also es ist halt... Ist halt geil. Sehr hohes Skill-Gap. Aber auch irgendwie Content-Technik wieder nicht so nice. Und auch die Gunfights dadurch, dass du so ultra viel Leben hast, dauern halt auch für immer. Und es meschen sich halt immer noch Leute ein. Also die ganze Spieldynamik feiere ich auch nicht so ultra von Apex, würde ich sagen. Hätte mal eine bescheine Erfahrung. Ist dir das Biffel für dich der beste Warzone-Spieler? Aber ich würde so overall wahrscheinlich sagen, ja, aber ich habe auch jetzt echt nicht mehr so viele Leute verfolgt. Also dadurch, dass Warzone 2 mir selbst beim Spielen nicht so viel Spaß macht, habe ich jetzt auch nicht so viel Spaß dran, mir irgendwie Gameplays oder sowas von anderen anzuschauen. Also ich sage es euch, wie es ist. Wenn ich in der Woche 5 Minuten Warzone 2 Gameplay sehe, was nicht von mir ist, ist es viel. Ich spiele unheimlich gerne Rollenspieler, aber CBD ist auch mein Hauptgame eigentlich, ja. Was ist dann auch wieder Feier so, wenn ein Star Wars Game rauskommt oder so, ne? So ein Singleplayer Game wie hier Jedi Fallen Order und sowas. Das ist wieder geil. Meine Lieblingsmitte war M16 und FFR. Die Kombi. Ich habe Hunger, by the way. Im Wohnzimmer steht eine Schnitzelbox, die nur darauf wartet, dass ich meine Zunge... Nee, ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf die Zunge komme. Dass ich alles in mein Gesicht schaufle. Da habe ich Lust drauf. Nach der Runde hole ich. LC10? Okay, auch gut. Read Dead Redemption 2. Auch nie gespielt. Ich bin wirklich, was die Sachen angeht, ich bin wirklich ein schlechter Mensch, was Gaming angeht. Real Talk. Ich bin ein schlechter Game, was... Schlechter Mensch, was Gaming angeht. Ich habe so viele Titel, die man gespielt haben muss, nicht gespielt. Ins Fickmaul reinschaufeln. Genau, ja. Die Schnitzelbox im Wohnzimmer wartet nur darauf, dass ich sie in mein Fickmaul hineinstopfe. So. Früher habe ich gerne auch mal Battlefield gespielt. Same. Same. Battlefield 3, unfassbar geil gewesen. Battlefield 4 war auch noch sehr nice. Danach ging es für mich ein bisschen bergab und ich bin halt nicht mehr so Fan von 1. und 2. Weltkrieg. Auch wenn Battlefield 5 und Battlefield 1 echt gute Spiele waren. Aber die haben mich einfach nicht so krass abgeholt aufgrund des Settings. Das hat man einfach, finde ich, zu oft gesehen. Es bietet zu wenig Abwechslung. Read Dead Redemption. Bald kommt GTA 6, ja. Hat so Spaß gemacht. Obwohl es Caldera ist. Das andere muss man ja auch dazu sagen. Auch einfach nicht eine geile Map. Was passiert hier eigentlich? Warum? Also, ja gut. Ist halt das letzte Haus in der Zone, oder? Das vorletzte. Das hier auch noch. Gibt jetzt nicht so einen Grund, unbedingt da rauszugehen, aber wie geil sind diese 5 Helis, die jetzt hier im Endgame kommen. Die jetzt hier einfach nur wie so Mücken, die du so nachts am Ohr hörst, wenn du gerade schlafen möchtest. 1, 2, 1, schlafen wir mal. Sind diese, genau das Äquivalent dazu, sind diese 5 Helis im Endgame von Warzone 1. Keiner braucht sie. Keiner hat gefragt. Keiner will sie. Niemand würde es auch, also niemand würde es vermissen, wenn sie weg werden. Würdest du GTA 6 zocken, wenn es irgendwann 20, 35 oder so kommt? Ja, safe. Apex anzocken. Ich habe Apex eine lange Zeit sogar gespielt. Damals. Es kam ja Vorwarsom raus, oder Apex? Kam Apex Vorwarsom raus? Ja, ja, safe. Ich habe es eine Zeit lang gespielt, aber es hat mich nicht so lange Zeit gecatcht. Heute reden bei Stylas 4 minus. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wie geil ist es, dass ich hier nicht immer Dreieck drücken muss, um von der Helmkamera auf die Ego-Perspektive zu switchen, wie in Warzone 2, wenn jemand aus dem Auto steigt, dann zu gucken. Ich müsste die ganze Zeit hier Dreieck drücken, um diesen komischen Helmkamera-Bug da immer zu umgehen. Was ist das für ein Scheiß-Endgame eigentlich? Cold War zocken? Ich habe letztens erst ein Videobüro geladen zu Cold War. Geiles Game. Jetzt noch mit Heli-Cheats. Ja, das habe ich... Ja, stimmt, das hast du mir geschickt. Epex ist länger als Warzone-Kanzler 2019, ja. Wann kann Warzone noch mal rauszuhören sein? Frag von einem Freund. Kannst du dir eine Frau kennenlernen, ohne Angst zu haben, dass ich nur dein Geld will? Nee. Nein, das geht nicht. Das ist ja natürlich. Das ist so eine Frage. Ich finde es hier auch kein Drake, dass wenn du mit mir in der Beziehung bist, dass du auf einmal deine Millis hast. Und das ist ein Unfall... Ja, schrecklich, schrecklich. Ekelhafter Spieler. Ekelhafter Spieler. Der andere, ekelhaft bist du. Ekelig. Schäm dich. Schäm dich, schäm dich. Was ist... Was passiert hier? Ausbruch! Ausbruch! Was? 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 Das ist der späteste Ausbruch, den ich je gesehen habe. Das ist ja... Zehn Leute. Die Zone closed aber schon. Ich habe hier keinen Spot, wo ich irgendwo Waffen bekommen kann. Das ist... Ich sage loslassen, aber... Oh ne. Maybe. Maybe, baby. 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 Oh mein... Faltlicher Soldat in der Nähe. Hat er auch wieder Cheetah gesagt? Meine Pussy zu scheiße. Das ist ja nicht mehr normal. Was ist das für eine Runde gewesen? Das ist ja insane. Hä? Wie geisteskrank? Wie... Hä? Dass ich auch in dieser Runde drin bleibe und dazugucken bis zum Ende, weil ich mir dachte, ach, gerade cooles Gespräch, kann man vielleicht so hochladen. Ausbruch? Da liegt übertrieben viel Loot auf einmal. Äh, jo, GG's Geist. Schade, gerade hat noch einer In-Game geredet. Das ist viel zu krank gewesen. Viel zu krank. Und einfach in einer Runde wieder eine Million Mal mehr Spaß gehabt, als in allen anderen Runden, die ich jemals im Modern 2 gespielt habe. Schade! Schade!